Vielen Dank. Die Geschichte der Zuckerstange, in dem Fall einfach nochmal eine erfundene, schöne Geschichte. Und ich würde gerne so als Impuls für heute Morgen nochmal in zwei Situationen mit euch reinzoomen. Und zwar haben wir zunächst mal hier die Aussage von dem Herrn Sonnemann. Prima, meinte Herr Sonnemann, das J steht für Jesus, Jesus ist Gott und er wurde an Weihnachten geboren. Das weiß ich, sagte Lucy schnell. Im Rahmen von Weihnachten im Wiesenthal hatten wir so zwei große Ziele. Das eine war, die Österreicher zusammenzubringen, sich kennenzulernen, auch aus den unterschiedlichen Vereinen. Und das zweite Ziel war, nochmal die Bedeutung von Weihnachten so richtig deutlich zu machen. Nochmal herauszustellen, weil die manchmal so untergeht. Und die meisten von euch wissen das auch. Weihnachten wurde Jesus geboren. Bei uns in der Gemeinde hier, da lernt man das schon im Kindergottesdienst. Ist völlig klar, Weihnachten ist viel, viel mehr als Geschenke und viel, viel mehr als Kerzen, sondern Jesus ist geboren. Lucy wusste das, ihr wisst es auch. Aber es gibt noch eine tiefere Bedeutung und die weiß man dann vielleicht schon nicht mal mehr. Und die erklärt Herr Sonnemann dann auch noch. Da haben wir die nächste Folie. Er sagt zu Lucy, weißt du, Gott der Schöpfer von Himmel und Erde hat alle seine Geschöpfe lieb, besonders die Menschen. Er war der Ungehorsam der Menschen, der die Trennung von Gott brachte. Ohne Gott leben, das ist wie tot sein. Nur gut, dass Gott uns trotzdem unendlich liebt. Darum hat er sich einen besonderen Plan ausgedacht. Gott wird in Jesus Mensch, damit wir die Menschen doch mit Gott zusammen sein können. Jetzt ist Herr Sonnemann, ja, und da spreche ich jetzt mal euren Intellektuellen an als Erwachsene, nur eine ausgedachte Figur. Die Figur in einer netten Geschichte, die so ein bisschen was ausschmückt. Und es ist eine schöne Geschichte. Für mich vor allen Dingen die, die sie mit dem Süßigkeitenladen. Und ich habe mir gedacht, kann nicht jemand mal hier im Östertal so einen Laden von euch aufmachen. Das wäre ja gut für uns alle. Oder auch nicht, je nachdem, wie wir essen würden. Ich komme aber vom Thema ab. Noch mal zurück, Herr Sonnemann war nur eine ausgedachte Figur einer Geschichte, aber mit dem hat er recht, was er gesagt hat. Und ich möchte gerne mit euch mal ganz kurz zu einer Originalquelle zurückgehen. Also zu einem Augenzeugen, der zusammen mit Jesus gelebt hat. Und zwar ist das der Apostel Johannes. Johannes hat einer der vier Evangelien geschrieben. Die vier Evangelien im Neuen Testament, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die beleuchten ja als Augenzeugen aus unterschiedlichen Perspektiven immer dieselbe Geschichte. Also mehr Beweisbarkeit geht eigentlich nicht. Und der Apostel Johannes hat das Johannes-Evangelium geschrieben. Und dann noch drei Briefe. Und dann noch die Offenbarung. Und alle wurden in die Bibliothek, daher leitet sich ja der Name Bibel ab, oder in die Heilige Schrift mit aufgenommen. Und dieser Johannes, der dürfte so vor 1950 Jahren fertig geworden sein mit seinem Evangelium, der schreibt Folgendes. Und das unterstützt die Aussage des ausgedachten Herrn Sonnemann. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Menschen sollen Freude erleben. Menschen sollen gerettet werden. Gott offenbart seine Liebe. Hier aufgeschrieben von einem Augenzeugen, der zusammen mit anderen, mit Jesus unterwegs warst. Und wenn du dir von heute Morgen nur eine Sache merken willst, außer die Zuckerstange von mir aus, dann merkt dir das, Gott hat Menschen lieb. Und du kannst das sogar auf dich beziehen. Gott hat dich lieb. Jesus liebt dich. Und deswegen habe ich es hier nochmal umformuliert. Gott hat dich so sehr geliebt. Egal wie alt du bist. Egal wie du aussehst. Egal aus welcher Nation du kommst. Egal ob du krank oder gesund bist. Und ich möchte dieses Staunen über Weihnachten nicht verlieren. Wisst ihr, Jesus, der wurde in einem Stall geboren. Hirten haben die Botschaft zuerst erfahren. Hirten, das galten damals als die kleinen Leute. Wenn man etwas erzählt hat, was wichtig war, damit es andere Menschen erzählen, dann hätte man das nie Hirten gezählt. Weil die hätte man gar nicht ernst genommen. Und zu denen kommt Jesus oder kommen die Engel zuerst und sagen, euch ist heute der Heiland geboren. Und dann rettet Jesus die Menschheit. Und ich habe mich gefragt, welcher angebliche Gott, der dir bekannt ist, ist so drauf, dass er Mensch wird und uns auf Augenhöhe begegnet. Wie gut ist das denn? Und das Zweite, was mich immer wieder staunen lässt, ist, dass Jesus mit uns spricht, dass es Augenzeugen gibt, dass alles vernünftig dokumentiert wird, dass es aufgeschrieben wird und dass wir 2000 Jahre später noch diese Geschichte lesen können. Und ich habe mir gedacht, wie nett ist das denn? Wir können in jeder Sprache der Welt fast Gottes Message lesen. Und was Jesus eigentlich macht oder was Gott macht, ist, er kommt vom Himmel runter und geht in eine Krippe. Haben wir die nächste Folie? Und das ist eigentlich das Verrückteste. Ich habe das Foto hier gestern bei Twitter oder so gefunden oder vorgestern. Ja, so ein King-Size-Bett. Das ist eigentlich unlogisch, dass der Herr dieser Welt, der Schöpfer dieser Welt, die größte Macht des Universums, sich in eine Krippe legt durch seinen Sohn. Das ist fantastisch. Wie gut ist das? Und er macht uns jetzt zu Kindern Gottes. Das ist voll das Geschenk. Er verspricht ewiges Leben, damit wir aus den Katastrophen in dieser Welt, die wir live erleben und in unserem Leben auch sehen, herauskommen. Und ich habe auch nochmal gedacht, was für ein starkes Versprechen ist das denn? Es ist einfach nur gut. Und ich habe gedacht, ich will dieses Staunen nicht verlieren. Und deswegen finde ich es gut, dass wir es hier im Weihnachten vom Wiesenthal nochmal so rausstellen und auch am Anfang der Adventszeit, die ja heute beginnt, stellen. Nochmal die Folie. Jetzt ist es, die nächste Folie bitte. Und dieses Geschenk ist natürlich auch so, dass man das auch auspacken muss. Das ist klar, wenn man ein Geschenk bekommt, dann muss man es auspacken, sonst hat es irgendwie keinen Wert. Und das geht eigentlich ganz einfach, indem wir ein Gebet sprechen und sagen, direkt mit Jesus reden, da braucht man kein Kirchengebäude oder so. Das kann man überall machen, im Wald, im Schnee, im eigenen Haus. Und sagt, Jesus, ich nehme dein Geschenk an. Danke für deine Liebe. Ich will ein Kind Gottes werden. Und das empfehle ich euch. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Amen. Amen.